Musik Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Store Update Video. Ich zeige euch gleich, was es im Store alles Schönes Neues gibt. Vorab möchte ich euch sagen, in diesem Video erfahrt ihr, wenn ihr bis zum Schluss schaut, wann es das nächste Abo-Zocken gibt. Kommt auf jeden Fall früher als gedacht. Also schaut bitte das Video bis zum Schluss, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und wäre geil, wenn dann ganz, ganz viele beim baldigen Abo-Zocken wieder dabei sind. Gehen wir jetzt mal direkt in den Shop. Da zeige ich euch, was es da Schönes Neues gibt. Ich finde ihn heute nicht ganz so prall wie sonst, aber das eine oder andere wird bestimmt für den einen oder anderen dabei sein. So, drei Tage habt ihr Zeit für die Proler. Mit einer 33% Rabattaktion die Kugelinfektion euch zuzulegen. Ich finde den jetzt, also bis auf dieses Bio-Hazard-Zeichen, was man hier sieht, finde ich den Proler-Skin jetzt nicht so nice. Wer so ein bisschen auf Army-Style oder Olivgrün steht, für den ist der Skin wahrscheinlich sehr, sehr geil. Standard-Visier, wie gesagt 1200 Coins, bezahlter für den. Vier Tage noch Zeit für Wraith. Was, wie heißt der, Quarantäne 722. Das ist ein absolut mega geiler Skin, finde ich. Einer meiner Favoriten. Ich habe den so ähnlich in Rosa, den finde ich auch sehr geil. Der gefällt mir aber ein Stück weit besser. Also meiner Meinung nach der geilste Skin mit überhaupt für Wraith. Also das ist mein Highlight für den Store, muss ich jetzt mal sagen. So, vorgestellt haben wir jetzt noch für die Hemlock-Strömungsmechanik, nennt der sich. Den finde ich optisch auch sehr geil. Den finde ich. Der passt so ein bisschen zu dem Bangalore-Skin aus dem Battle Pass. Moment. Ach, muss mal wieder hier so weit sappen. Hier, schaut euch den Skin mal an. Das habe ich beim letzten Mal schon gezeigt. Ich finde, der Skin und der von der Hemlock passt absolut geil zueinander. Wenn man sich den mal so ein bisschen genauer ansieht. Finde ich sehr geil. Die Exklusiv-Variante finde ich wieder einen Ticken schöner. Wobei da der Geschmack wahrscheinlich extrem weit auseinander geht. Oder die Geschmäcker auseinander gehen. Dieses Giftgrün finde ich speziell absolut, absolut mega geil. So, Visier kann ich jetzt gar nicht sagen, ob das das Standardvisier ist. Meine Fresse. Egal, nicht weiter schlimm. Übrigens, für den Hemlock-Skin ist auch 33% Rabattaktion. So, sechs Tage habt ihr dann noch Zeit für den Longbow-Skin. Schläferzelle nennt der sich. Finde ich ehrlich gesagt jetzt auch nicht so mega interessant. Ich bin halt nicht so der Scharfschützen-Spieler. Hat zwar irgendwie was, aber auch hier Exklusiv-Variante deutlich geiler, meiner Meinung nach. Das Farbspiel mit dem Blau und dem Lila sieht richtig, richtig geil aus. Mich würde mal interessieren, was das hier darstellen soll. Das sieht aus wie so ein von der Oma hier, wo du Tee reinmachst, wo du Tee machen kannst zum Filter. Das sieht ein bisschen komisch aus. Aber ansonsten finde ich diesen Skin von der Optik her eigentlich mit am geilsten von dem gesamten Store. Also ich finde, wie gesagt, Wraith und den Skin am geilsten für das heutige Video. So, jetzt möchte ich euch noch verraten, wann es das nächste Abo-Zocken gibt. Heute in einer Woche, Sonntag, Uhrzeit-Technisch habe ich mir noch nicht hundertprozentig einen Kopf drüber gemacht. Das wird wahrscheinlich eher spontan passieren, weil ich bin einen Tag vorher noch auf eine Hochzeitsfeier eingeladen. Es könnte sein, dass es da vielleicht ein bisschen länger geht. Ich hätte eigentlich gesagt zwischen 11 und 12 Uhr. Legt mich da bitte aber nicht fest oder legt euch da bitte Uhrzeit-Technisch nicht fest. Vielleicht geht es auch erst 13, 14 Uhr los. Ich möchte da diesmal keine feste Zeit versprechen, weil ich möchte die Hochzeitsfeier ein bisschen genießen. Und wenn es halt ein bisschen länger geht, möchte ich jetzt nicht extra um 9 aufstehen, nur weil ich das Abo-Zocken versprochen habe. Also meldet euch gerne. Ihr könnt ja in diesem Video schon mal reinschreiben, wer alles Bock drauf hat. Auch zu dem Inhalt des Videos könnt ihr mal euch auslassen, wie ihr die Skins findet. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Rest. Sonntag haut rein, bis zum nächsten Mal. Achso, und übrigens ein Daumen hoch für dieses Video und ein Abo, wenn ihr neu seid und keine Infovideos verpassen wollt und Livestreams. Das war es jetzt, hups, aber von mir bis zum nächsten Mal rein. Ciao.